Sie sind hier 18. Januar 2019, 9.07 Uhr, von Sport1, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern, verkleinern, Kalum Hatzen-Odoi gilt als Wunschspieler des FC Bayern Urheberrecht Getty Images München, der FC Chelsea plant offenbar ein Mega-Vertragsangebot für Kalum Hatzen-Odoi. Das 18 Jahre alte Talent gilt als absoluter Wunschspieler des FC Bayern. Macht der FC Chelsea den Wunschspieler des FC Bayern, Kalum Hatzen-Odoi, zu einem der bespitzelten Teenager der Fußballwelt, wie die britische Sportsmail berichtet, sollen die Londoner bereit sein, dem 18-Jährigen ein Gehalt von umgerechnet knapp 80.000 Euro pro Woche zu zahlen. Hatzen-Odoi, der noch kein einziges Premier-League-Spiel für die Blues bestritt, gilt seit Wochen als absolutes Objekt der Begierde beim FC Bayern. Das letzte Angebot des deutschen Rekordmeisters soll bei rund 40 Millionen Euro liegen, dem Youngster, dessen aktueller Kontrakt noch bis 2020 läuft, wird durchaus Interesse an einem Wechsel in die Bundesliga nachgesagt. Ob das angebliche Mega-Vertragsangebot des Tabellenvierten der Premier League daran nochmal etwas ändert? Sport 1 ist die Nummer eine Plattform, wenn es um Live-Sport geht. Live-Streams, Live-Dicker und aktuelle Berichterstattung aus allen Bär Mia Mia Untertitelung des ZDF, 2020